Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Im heutigen Video zeige ich euch meine Inktober Zeichnungen der Tage 16 bis 22. Für diese Bilder habe ich dieselben Materialien wie bereits letzte Woche verwendet. Heute möchte ich aber ein paar Worte zur Tusche und zum Aquarell Skizzenbuch verlieren. Aber erstmal zum Inktober und zu meinen Gedanken zum Erlernen neue Gewohnheiten. In der vergangenen Woche ist mir das tägliche Arbeiten am Inktober merklich leichter gefallen. Ich hatte sogar wieder Motivation und Zeit neben dem Inktober in mein Skizzenbuch zu zeichnen. Dennoch musste ich einen Tag aussetzen, weil ich an diesem erst spät abends nach Hause gekommen bin. Wäre ich nicht leicht erkältet gewesen, hätte ich eventuell noch in die Nacht hineinzeichnen können. Aber die Gesundheit geht vor. Und wenn es darum geht, eine neue Gewohnheit zu etablieren, ist es wichtig, das Scheitern mit einzurechnen. Es wird passieren. Irgendwann wird etwas nicht so klappen wie geplant. Und das ist okay, denn es ist Teil von jeder Entwicklung. Ohne Hindernisse und ohne Kraftaufwand kann man nicht wachsen. Das ist wie beim Muskeltraining. Neben der Option, wegen äußerer Umstände zu scheitern, ist auch die Materialwahl unter Umständen entscheiden, warum es mit dem Inktober nicht klappt. Wenn ihr meine Inktober-Videos von Anfang an geschaut habt, wisst ihr vielleicht, dass ich recht schnell auf ein Aquarell-Skizzenbuch umgestiegen bin. Jetzt verwende ich das Skizzenbuch von Moleskine und das Papier hat 200 Gramm und kann somit besser mit Wasser umgehen. Das einzige Manko ist, dass es nach ein bis zwei Schichten, ich würde mal sagen, aufraut. Das heißt, neue Farbschichten fransen aus oder bluten aus und man kann einfach nicht mehr so sauber arbeiten. Das sieht man besonders an meinem Bild vom Tag 16 am Arm des Mädchens oder am Hut. Deswegen, also ich kann euch das Aquarell-Skizzenbuch nur bedingt empfehlen. Für mich stimmt hier Preis-Leistung nicht unbedingt. Äh, ja. Leider habe ich diese Woche meine Instagram-Umfrage zu spät gestartet. Deswegen ist das vorläufige Ergebnis ein wenig, wenig aussagekräftig. Aber bisher sieht es so aus, als würden noch knapp über die Hälfte mitmachen. Letzte Woche waren es zwei Drittel. Ähm, ich werde euch einfach auf dem Laufenden halten, wie es so aussieht und ja, am besten in meinem nächsten Video. Bis bald! Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020